Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Ich lese so so häufig, dass ihr euch wünscht, dass Purish wieder Boxen rausbringen, dass die wieder Sets rausbringen. Und jetzt haben sie es gemacht. Die haben hier eine Summer Bag rausgebracht und da will ich mit euch zusammen reinschauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die haben tatsächlich nicht nur diese rausgebracht, sondern eine weitere. Also im Prinzip gibt es die Summer Bag und die Summer Bag Deluxe. Bei der Summer Bag Deluxe sind dann halt noch weitere Produkte mit drin. Alle Produkte sind auf der Homepage auch komplett aufgeführt, sodass ihr direkt sehen könnt, was drin ist. Aber ich kann euch jetzt natürlich auch größenverhältnistechnisch und so zeigen, was das so ist und was man da gegebenenfalls mit anfangen kann. Bei manchen Produkten werde ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen reinlesen müssen, aber wir kriegen das zusammen hin. Genau, die normale Summer Bag schauen wir uns glaube ich zu Anfang an. Genau, und dann bauen wir das Ganze auf. Ihr könnt aktuell mit Claudies Welt 10 nicht nur auf diese Bags sparen, sondern auch auf meine komplette Collection Zeit und da steht sehr, 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 sehr viel drauf. Claudies Welt 10 gilt immer auf den Sale, den ihr so habt und auf meine Collection Zeit. Wir schauen uns mal diese Bag etwas genauer an. Also erstmal die kleine, dazu wusel ich erstmal ein bisschen. Und hier haben wir dann auch wirklich noch ein komplettes Heftchen zu der Summer Bag. Das finde ich richtig, richtig nice. Das hat es glaube ich so noch gar nicht gegeben. Also da wird allerhand erklärt. Sonnencreme 12, Mythen im Faktencheck, dies, das, Ananas. Tipps bei Sonnenbrand. Hätte ich jetzt vor einer Weile gebraucht, aber da konnte mir da halt tatsächlich ganz gut weiterhelfen. Dann haben wir noch ein bisschen generelles Hilften, Information, Tanning-Routine. Rätselspaß wird zwischendurch. Mittendrin finde ich auch irgendwie witzig. Äh, noch mehr kannst du dann wahrscheinlich, wenn du irgendwie draußen am Sonnenbist verwenden. Dann hast du hier ein Fehlersuchbild. Das ist witzig. Ne, das ist, das ist ein witziges Heftchen. Muss ich wirklich sagen, das habe ich so noch nicht gesehen. Ähm, wir schauen uns jetzt erstmal die ganz normale Summer Bag an. Da bekommt ihr auch diese kleine Tasche mit dabei. Was heißt klein? Also die ist größer als eine reguläre Kosmetiktasche. Das heißt, da wirst du eigentlich ganz gut deine Schmink- und Pflegeroutine mit unterbekommen. Und, äh, der Reißverschluss lässt sich gut öffnen. Das ist ein gutes Material. Also das ist nicht irgendein Big-Band-Kram, ne? Das finde ich ganz cool. Als erstes finde ich hier etwas drin, was ich aktuell auch in Anwendung habe. Und zwar ist es von Beauty of Josen. Relief Sun Rise and Probiotics Thest. Das ist der Lichtschutzfaktor 50 mit 50 Millilitern. Ich habe den in der kleinen Variante in Anwendung. Ich glaube, der war auch im Adventskalender von Pyrrish drin. Ein sehr, sehr, sehr gutes Produkt, was auch echt toll zusammen mit Make-up funktioniert. Da musste ich mir jetzt so noch keine Sorgen machen, dass da irgendwie was sich abgerollt hätte oder sonst irgendwas. Also das ist ein schöner koreanischer Sonnenschutz. Und, ähm, ja, gibt's da auch bei Pyrrish zu kaufen. Und weil ich letztens unterwegs war, habe ich mir dann halt einen kleinen mitgenommen. Und dann ist es tatsächlich auch genau dieser hier geworden. Hätte ich gewusst, dass der hier auch mit in der Tasche drin ist. Mensch, das ist ja was, ne? Weiß ich auch nicht, was ich da anders gemacht hätte. Wahrscheinlich nichts. Aber trotzdem finde ich nice. Ähm, das ist auch schon mal das A und O des Ganzen und das Wichtigste. Das ist richtig, richtig krass. Ich habe schon den kleinen gesehen. Jetzt sehe ich es nochmal in groß. Wow, 150 Milliliter. Ähm, von Bondi Sands. Lichtschutzfaktor 50 plus. Very high protection. Fragrance free water resistant lotion. Vitamin E und so weiter und so fort. Da geht die Party ab, ne? Wichtig ist natürlich, dass du, ähm, 15 bis 20 Minuten wartest, bevor du in die Sonne gehst. Also das muss natürlich auch schön einziehen. Ist klar. Ja, und hier steht auch drauf, dass man normalerweise alle zwei Stunden auch schön nachlegen sollte. Ne? Genau. Also ich habe den auch selber noch gar nicht ausprobiert. Ich habe den jetzt tatsächlich auch erst letztens, äh, durch Buchsen bei mir einziehen lassen. Der muss auch noch ins Gesicht, äh, und getestet werden. Ich muss so viel noch testen. Ja, ne? Manchmal wünscht man sich, dass sich hier noch irgendwie zwei, drei Köpfe mehr entwickeln würden. Ähm, dann haben wir etwas von The Fox 10 Rapid Alexier. Das ist ein Acle, äh, Acic, Aceleray. Es ist, äh, was? Das ist dieses Produkt. Mit 120 Millilitern. Das soll halt mit irgendwie Melanin und so weiter machen, dass du einfach schneller braun wirst. Ja, also man kennt es ja von damals, dass man irgendwie auch so ein Öl aufgetragen hat. Das wäre vielleicht etwas, was ich dann auftragen würde auf meine Beine zum Beispiel, weil die ja einfach so dermaßen kiesig sind und einfach nicht braun werden wollen. Ähm, es ist ja in dem Sinne kein Selbstbräuner, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern es ist halt etwas, was die Haut schneller braun werden lässt, ne? Und ist ja eigentlich ganz gut, weil dadurch bist du ja kürzer in der Sonne, weil du dich ja im Prinzip weniger brutzeln lässt. Weiß ich nicht. Verwendet ihr sowas? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich weiß auf jeden Fall, dass es bei Purition ein sehr, sehr beliebtes Produkt ist. Und dann gibt es hier in dieser Summer Bag noch einen Lichtschutzfaktor für die Lippen. Es ist nur 20, aber besser haben als brauchen, von Korres Joghurt. Finde ich großartig und das ist eine richtig, richtig hübsche Verpackung. Das mag ich gerne. Und nein, das mag ich gerne leiden, auch wenn es mal nicht getriggert. Und da haben wir diese wunderschönen Tauben drauf abgebildet und ich finde es hübsch, doch. Ich glaube, die nehme ich sogar gleich mit runter, weil ich bräuchte noch einen. Ich habe meinen anderen verbummelt. Habe ich gut gemacht, ne? Und ja, doch, weil die Lippen werden oft vergessen. Und das sollten wir nicht, weil Sonnenbrand auf den Lippen ist unangenehm. Krankheiten auf den Lippen ist noch viel schlimmer. Also wenn man da irgendwie Hautkrebs oder sowas bekommen sollte, ne? Und wenn man jetzt die Deluxe-Variante sich kauft, kostet die natürlich ein paar Euro mehr. Und ihr habt das, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe, schon mal mit in der Bag drin. Das heißt, ihr habt in der großen Tasche auch nochmal die kleine Tasche drin. Und dann fängt das Ganze mit dieser extrem hochwertigen, großen Tasche an. Und ich freue mich drauf, die jetzt auch im Sommer zu verwenden. Bin ich vollkommen ehrlich. Nicht nur als Shopper, sondern halt auch generell als Tasche kann man die ganz gut verwenden. Jetzt nicht als Handtasche, Handtasche. Wobei auch das funktionieren würde, weil die hat hier oben, also die ist richtig hochwertig. Also kein Schmarrn jetzt. Das ist wirklich so. Die fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Ich habe andere Taschen, die sich nicht so hochwertig anfühlen. Klar hast du hier den ein oder anderen Faden vielleicht, weil das stoffbedingt, glaube ich, dann so ist. Aber ich finde die sehr schwer, sehr, sehr gut tatsächlich. Ja, wir haben hier einen großen Reißverschluss, der alles hier verschließt. Dann haben wir an den Seiten auch noch, damit du es ein bisschen enger machen kannst oder halt auch weiter, so Druckknöpfe. Das habe ich persönlich noch nicht bei Taschen gesehen. Finde ich cool. Und ich hätte sie euch leer zeigen sollen und nicht noch mit den Produkten drin. Egal. Dann haben wir hier auch noch eine per Reißverschluss verschließbare Innentasche für zum Beispiel Wertgegenstände. Das ist richtig nice, Leute. Also allein die Tasche, die kann man auch separat dort kaufen. Finde ich schon mal richtig, richtig cool. Das macht definitiv Sinn. Ja, dass die hier mit bei ist. So, hier habe ich jetzt tatsächlich ein Watermelon Tanning Oil von Bali Body. Broad Spectrum. Lichtes Faktor 6 soll das spenden? Yay, das ist echt nicht viel, ne? Und das scheint dann auch etwas zu sein, was du dir aufträgst, bevor du in die Sonne gehst, oder? Ja, das ist tatsächlich auch wahrscheinlich ähnlich wie das hier, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier haben wir auch 100ml drin. Und ich habe hier die Wassermelone ausgewählt als Duftrichtung, weil ich Wassermelone sehr gerne mag. Und das kann ich mir dann, wie gesagt, sehr gut für meine Beine vorstellen, weil das einfach etwas ist, was niemals braun werden möchte. Und es soll, also es hört sich auch sehr, sehr flüssig an, ne? Das ist irgendwie so ein Ölkram oder so. Ja, Tanning Oil, habe ich vorgelesen, steht da. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Wenn man dann doch vielleicht ein bisschen zu lange in der Sonne gelegen hat oder generell, dann kann man dieses Produkt von B-Tan verwenden. Das ist eine Marke, die ich auch ganz interessant finde. Die sind recht günstig. Das sind fast schon Drogeriepreise. Oh, Aftersun Delight with Soothing Aloe Vera, Vitamin E und Hyaluronsäure haben wir hier mit dabei. Das sind 207ml. Eine sehr interessante Füllmenge. Und so schaut das Produkt aus. Und ich mag einfach gerne auch solche Aftersun-Produkte, weil die sehr angenehm für die Haut sind. Und ja, Aloe Vera beruhigt. Vitamin E ist ja so ein Schönheitsvitamin. Das wird halt auch nochmal so ein bisschen Liebe der Haut geben. Ja, und Hyaluronsäure gibt die Feuchtigkeit. Genau. Und ja, finde ich gut. Finde ich klasse. Das passt vor allem hier auch einfach mit rein, dass man ja auch so ein bisschen draußen ist, sich der Sonne aussetzt. Und dann braucht man nach dem Duschen abends definitiv noch so eine Aftersun-Geschichte. Ich muss gestehen, dass ich Aftersun-Geschichten auch gerne einfach so als Bodylotion verwende. Weil ich es einfach gerne mag. Ich mag den Duft, ich mag das Gefühl, ich mag diese Feuchtigkeitsspendung. Meistens sind die einfach ein bisschen leichter. Und manchmal kann man das einfach ganz gut gebrauchen. Dann habe ich hier etwas von E-Vite Technology drin. UV Heat Hair Mousse. Sehr, sehr geil. Color Protection Dry Split Hair Defense. Conditioning, Hydration, Vitamine und natürliche Öle. Lightweight Volume Flexible Medium Hold. Also das kannst du dir halt wirklich auch in die Haare reinmachen als Styling-Produkt. Und gleichzeitig hat es auch nochmal diese Hitzeschutzwirkung mit dabei. Und zwar nicht nur vor der Wärme, sondern halt auch einfach vor der Sonne. Ich habe natürlich blonde Haare und nicht gefärbt blonde Haare. Das heißt, ihr seht jetzt im Laufe des Sommers auch so ein bisschen, wie meine Haarfarbe sich verändert. Das ist eigentlich ein Sonnenschaden. Und wenn man dem entgegenwirken möchte oder wenn man halt koloriertes Haar hat und nicht unbedingt möchte, dass einem die Haare abbrechen, dann kommt sowas eigentlich ganz gut. Und eigentlich, ne? Und da sind 150 Milliliter drin. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das vielleicht meiner Mama gebe. Weil die hat so blonde Strähnchen. Und ich glaube, das käme bei ihr wirklich, wirklich gut. Ich finde es auch wirklich nice, dass hier an alles gedacht wurde. Also wirklich an Kopf bis Fuß, ne? Dann habe ich hier noch was von The Foxtel drin. Und das hier ist Rapid Watermelon Shimmer. Okay, das ist im Prinzip auch so ähnlich wie dieser hier, ne? Nur, dass das hier quasi, ja, geruchsneutral ist wahrscheinlich. Und hier haben wir die Wassermelone. Und es gibt Schimmer mit dabei. Das ist natürlich hübsch. Das heißt, du kriegst dadurch, ja, eine braunere, bräunere, eine schneller gebräunte Haut. Und gleichzeitig hast du dann diesen Schimmer. Aber das ist natürlich wirklich perfekt für mich, für meine Beine. Das kommt ganz gut. Ich denke, dass ich das diesen Sommer auch ganz, also das ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt diese drei mir hier so angucke, ne? Ist das hier das, was ich am ehesten verwenden werde? Kann das wirklich sein, dass wir hier keinen klassischen Selbstbräuner drin haben? Das finde ich ja richtig abgefahren. Ich glaube, das freut auch ein paar Leute. Weil viele sagen immer, so viele Selbstbräuner immer. Oder ich schieße mir gerade ein Eigentor. Und irgendeins davon ist ein klassischer Selbstbräuner. Ich habe es nur nicht gecheckt, keine Ahnung. Aber wir haben hier sehr viele Sonnenschutzprodukte drin, sehr viele Pflegeprodukte. Und ich finde, das ist halt wirklich eine gute Tasche, wenn du halt jetzt noch nicht so wirklich dich auf deinen Sommerurlaub vorbereitet hast. Wenn du noch nicht wirklich weißt, welche Sonnenpflegeprodukte du so dieses Jahr verwenden möchtest. Dass man hiermit auf jeden Fall echt gut fahren wird. Du hast was für die Haare, fürs Gesicht, für den Körper. Du hast was für die Lippen mit dabei. Du hast was für nach der Sonne mit dabei. Du hast was dabei, damit du nicht so lange in der Sonne brutzeln musst. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Box, die Bag so findet. Das würde mich echt interessieren. Ja, oder wenn du halt wirklich sagst, okay, ich brauche jetzt nicht die komplette Bag. Dann schau gerne einfach mal bei Purish vorbei. Da kannst du, wie gesagt, auf den Sale mit Claudis Welt 10 sparen. Ich setze einfach mal die Links entsprechend in die Infobox. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr mögt. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.